Herzlich willkommen bei der Astlepios Informationssendung. Beim Schlaganfall, da muss alles ganz schnell gehen. Der Schlaganfall oder auch Hirnschlag ist die zweithäufigste Todesursache in Deutschland für Menschen über 60 Jahre. Aber so weit muss es nicht kommen, wenn man schnell handelt, schnell die Symptome erkennt und dann schnell die Behandlung beginnt. Bei mir sind Prof. Dr. Joachim Röther, er ist Chefarzt der Neurologie an der Astlepios Klinik Altona und Prof. Dr. Bernd Eckert, er leitet die Neuroradiologie an der Astlepios Klinik Altona. Beide stehen für das Neurovaskuläre Zentrum in Altona und damit für eine umfassende Behandlung. Schön, dass Sie da sind, meine Herren. Vielen Dank für die Einladung. Herr Prof. Röther, angenommen, ich ahne, dass mir oder einer Person, die ich gerade sehe, so einen Schlaganfall widerfährt. Was muss ich tun? Sie haben das eben schon sehr schön erklärt, Time is praying, also Zeit ist Gehirn. Das ist unser Slogan. Und was dahinter steckt, ist, dass mit jeder Minute, wo ein verschlossenes Gefäß im Gehirn nicht wiedereröffnet wird, ganz, ganz viele Millionen von Hirnzellen kaputt gehen. Und deswegen ist eben die Zeit ganz wichtig. Das heißt, wenn typische Schlaganfallsymptome auftreten, wie eine Halbseitenlähmung oder eine Sprachstörung, dann gilt es sofort die 112 anzurufen. Und wir haben hier in Hamburg ein hervorragendes Netzwerk an Rettungsleitstellen, die sich darum kümmern, dass der Patient umgehend in die nächste zertifizierte Schlaganfallspezialeinheit eines Stroke-Units eingeliefert wird. Wenn wir nochmal zu den Symptomen kommen, da ist man sich ja nie so sicher und man kann sich auch verwechseln. Also worauf muss ich achten? Was ist typisch? Ja, typisch sind schlagartig einsetzende Symptome. Also zum Beispiel die Kaffeetasse fällt aus der Hand, weil eine Lähmung in der rechten Hand auftritt oder der Patient kann sich nicht mehr ausdrücken oder kann überhaupt gar keine Worte herausbringen oder auch ein ganz schwerer, akut einsetzender Schwindel. All diese Symptome können Vorboten oder Ausdruck eines akuten Schlaganfalls sein, müssen immer ernst genommen werden und müssen immer dazu führen, dass der Patient in eine Stroke-Unit eingewiesen wird, um eben zu schauen, ob eine schwerwiegende Ursache zugrunde liegt und auch die entsprechenden therapeutischen Schritte einzuleiten. Also noch einmal auch dann, wenn das nur ganz kurze Zeit ist und danach alles ist ganz normal wie vorher? Auch wenn nur für eine Minute zum Beispiel der Patient auf einem Auge nichts sehen kann oder auch wenn nur für eine Minute lang eine Lähmung in einer Extremität besteht, auch das kann ein wichtiger Vorbote sein, eine sogenannte transiente ischämische Attacke, also eine kurz andauernde Durchblutungsstörung des Gehirns und diese TIAs, diese Transienten ischämischen Attacken sind ganz häufig eben ein Vorbote für einen schweren Schlaganfall und deswegen ist es wichtig, dass man die genauso ernst nimmt wie Symptome, die nicht gleich wieder zurückgehen. Und dann kommt also der Patient zu Ihnen und dann geht es an die Diagnose, Herr Professor Eckert, das ist Ihr Bereich, was passiert da? Das, was dann reinkommt, ist die sogenannte Bildgebung. Wir wollen also nachweisen, hat der Patient eine Blutung, eine Einblutung ins Gehirn oder eine Minderdurchblutung. Das ist der erste Schritt, das können wir mit der Computertomographie, der CCT, sofort feststellen. Wenn es eine Minderdurchblutung ist, dann ist wieder der Kollege aus der Neurologie an der Reihe und macht eine Fibinolyse, also gibt ein Medikament, um das Gehirnsil aufzulösen. Wenn aber der Verschluss an einer großen Gehirnarterie ist, an einer Basisarterie, dann ist es in der Frage, ob dann wir zur Therapie kommen und ob es darum geht, dann eine sogenannte Thrombectomie zu machen. Das sehen wir dann, wenn wir in der CT sehen, dass ein großes Gefäß verschlossen ist. Das können wir sehen durch eine CT-Angiographie. Wir geben Kontrastmittel und sehen, wo bleibt das Kontrastmittel stecken und dann können wir sehen, da ist das Gefäß verschlossen. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, was wir zusätzlich noch machen, ist eine Durchblutungssimulation des Gehirns, auch mit Kontrastmitteln und wir können sehen, wie groß ist der Ausfall im Gehirn. Und mit all diesen Informationen können wir dann sagen, das ist ein Patient für die Thrombectomie oder es ist kein Kandidat für die Thrombectomie. Das klingt sehr aufwendig, aber muss ja auch sehr schnell gehen, oder? Ja, es ist sehr wohl trainiert. Das geht sehr schnell. Also die Durchsuchung dauert ungefähr mit all diesen drei Teilelementen, die ich eben genannt habe, 15 Minuten höchstens. Und mit der Auswertung zusammen 10, 15, ja 20 Minuten insgesamt. Dann haben wir alle Informationen, die wir brauchen. Und dann können wir besprechen, wiederum mit dem Kollegen aus der Neurologie zusammen, ist das nach all dem, was wir dann berücksichtigen müssen. Und wir müssen vieles dabei berücksichtigen. Dann tatsächlich ein Kandidat für die Thrombectomie. Wie geht denn das jetzt weiter, Herr Professor Röther? Kommt auf jeden Fall erst mal ein Medikament zum Einsatz, um zu probieren, ob man den Thrombus doch auflösen kann? Genau. Im Regelfall würde man immer erst einmal diese Thrombolyse, also das ist die Injektion eines gerinnselauflösenden Medikamentes, das würde immer zunächst mal zum Einsatz kommen. Das ist die Standardtherapie. Und man weiß, dass immerhin bei einem kleinen Prozentsatz der Patienten sogar große Gefäße auch sich damit eröffnen kann. Im Regelfall ist das aber nicht so. Und im Regelfall, und das ist das Neue an den heutigen therapeutischen Möglichkeiten, dass man mit dieser Katheterbehandlung der mechanischen Thrombectomie eben dann den Thrombus richtiggehend herausziehen kann. Ja, jetzt möchte ich aber dennoch noch einmal bei der Thrombolyse bleiben, denn das klingt ja für den Patienten eigentlich ganz einfach. Man spritzt mir ein Mittel, dann löst sich das alles auf und gut ist. Aber ich glaube, das verträgt gar nicht jeder, kann man gar nicht bei jedem machen. Oft ist es auch ganz einfach und es ist so, dass immerhin 15 Prozent der Schlaganfallpatienten dieses Medikament bekommen. Das mag ihnen zunächst mal wenig erscheinen, aber es müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Die Symptome dürfen noch nicht länger als viereinhalb Stunden anhalten. Das ist gar nicht mal selten, dass die Patienten die Symptome eben doch nicht ernst nehmen, sich vielleicht sogar zu Bett legen mit einer Lähmung und am nächsten Morgen dann merken, dass eine sehr schwere Lähmung vorhanden ist. Dann kann es gegebenenfalls zu spät sein für diese Thrombolyse, für diese gerinnselauflösende Therapie. Also man muss schon ganz genau schauen, welche Patienten dafür in Frage kommen. Aber wenn die Symptome nicht länger als viereinhalb Stunden anhalten und wenn der Patient eine eindeutige Schlaganfallsymptomatik aufweist und wenn man dann auch in der Computertomographie die Blutung ausgeschlossen hat, dann ist der nächste Schritt immer zunächst einmal diese Thrombolyse. Und dass die Patienten das nicht vertragen oder dass irgendwelche Nebenwirkungen auftreten aufgrund des Medikamentes, das Risiko ist sehr gering. Das heißt ja dann auch, dass man darauf achten muss, nicht vor der Fahrt ins Krankenhaus noch Medikamente zu schlucken, die eventuell diese Methode nachher unmöglich machen. Also blutverdünnende Mittel. Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also das sollte der Patient auf keinen Fall tun. Es ist viel besser, wenn der Patient aber die Medikamentenliste mitbringt, damit wir im Krankenhaus sehen können, welche Medikamente nimmt er überhaupt ein. Und das hilft uns oftmals eben bei der Behandlung des Patienten erheblich weiter. Ja. Jetzt löst sich dann also im besten Fall dieser Blutpfropf einfach auf und ist dann verschwunden. Es gibt eben viele Patienten, wenn ein kleineres Gefäß verschlossen ist von einem Blutpfropfen, da genügt eben diese gerinnselauflösende Therapie der Thrombolyse. Wenn aber große Hirnbasisarterien betroffen ist, dann ist das eben nicht der Fall. Dann kommt Professor Eckert ins Spiel. Genau, dann kommt Professor Eckert ins Spiel. Und was machen Sie dann? Um es kurz zu sagen, wir holen den Thrombus raus. Um es im Detail zu sagen, ist das natürlich gar nicht so einfach. Wir brauchen dafür Unterstützung von der Anästhesie. Denn ein solcher Eingriff geht nie ohne einen begleitenden Anästhesisten. Entweder machen wir das in Vollnarkose oder wir machen das in einer sogenannten Sedierung. Auch der Patient muss in gewisser Weise ruhiggestellt sein und von seinen Schmerzen befreit sein. Und was wir dann machen, ist folgendes. Wir gehen mit einer Schleuse in die Leistenarterie. Von der Leistenarterie können wir dann einen Katheter schieben bis hier zu der Halsarterie. Das ist unser Zugang. Und über diesen Zugang in der Halsarterie können wir dann mit einem ganz kleinen Mikrokatheter, ein kleiner Schlauch, bis direkt zum Gerinnsel vorgehen. Und dort entfalten wir einen Stent, der drückt sich in den Thrombus rein. Da muss man ein paar Minuten da rein drücken und in der Hoffnung, dass er den Thrombus auch hält. Und dann wird der Thrombus langsam zurückgezogen und zugleich wird gesaugt an dem Katheter, der hier in der Halsarterie liegt, um einen Unterdruck zu erzeugen. Und mit diesen beiden Mechanismen versuchen wir dann, dieses Gerinnsel rauszuziehen, den Thrombus zu bergen und dann die Durchblutung wieder herzustellen. Muss man sich das vorstellen wie so ein Schleppnetz im Grunde genommen, an dem sich der Thrombus verharrt? Ja, das kann man sich genau so vorstellen. Nur wissen wir nicht, wie der Thrombus beschaffen ist und welche Konsistenz er hat. Das können wir ihm nicht ansehen. Wir können nur hoffen, dass der Thrombus, dass der Stent ihn einfängt. Aber es kommt ungefähr so hin. Es ist wie ein Netz, man kann sich das so vorstellen, wie ein Netz am Haken. Und man zieht dieses Netz am Haken mit dem Gerinnsel langsam aus der Gehirnader zurück. Das hört sich leicht an, aber es ist ja doch auch ein weiter Weg, diesen Thrombus dann durch den ganzen Körper wieder zurückzuziehen, damit er in der Leiste wieder rauskommt. Ja, aber er ist ja geschützt, sobald er in dem Schlauchsystem ist. Der Schlauchsystem liegt in der Karotte, in der Halsschlagader. Sobald er in diesem Schlauchsystem drin ist, ist er ja geschützt. Da kann nichts passieren. Wenn wir ihn da haben, dann haben wir ihn auch sicher so, dass wir ihn aus dem Körper zurückziehen können. Das Entscheidende ist der Weg von der Stelle in der Hirnbasisarterie bis zurück in die Halsarterie. Dieses Stück ist eigentlich die kritische Strecke, in der wir versuchen müssen, den Thrombus zu kriegen und ihn auch dran zu behalten. Er kann auch theoretisch uns wieder entwischen. Und das ist sozusagen das Problem der Technik. Aber nun ist diese Technik auch noch gar nicht so modern. Wir machen das schon seit vier, fünf Jahren in Altona, schon seit Beginn dieser Therapie. Der besondere Wechsel ist jetzt dadurch zustande gekommen, dass die Studien nun gezeigt haben, dass diese Patienten dann eindeutig davon profitieren. Deswegen wird es auch sehr viel häufiger gemacht, an anderen Kliniken auch. Aber wir machen das schon sehr lange und haben eine sehr große Erfahrung schon sammeln können, wie wir den Thrombus rausziehen können. Wenn Sie ihn nicht auf Anhieb erwischen müssen, Sie es noch einmal wiederholen. Dann nehme ich mal stark an. Wie groß ist denn das Risiko für den Patienten dabei? Also das hat sich auch herausgestellt durch die Studien. Es ist zumindest so, dass wir den Patienten kaum schaden. Kaum je. Es kann natürlich sehr wohl theoretisch dazu kommen, dass wir einen Gehirnader verletzen und es dann zu einer Blutung kommt. Das kann dann auch lebensbedrohlich werden. Aber es hat sich gezeigt, dass das nur bei ungefähr ein Prozent dieser Eingriffe stattfindet und damit sehr viel geringer ist, als man das früher befürchtet hat. Kann es dann nochmal zu einem Schlaganfall während der OP kommen? Im Prinzip ist es der gleiche Schlaganfall. Er kann sich nochmal verkomplizieren. Es kann sein, dass man einen Teil dieses Gerinnsels verliert und der wieder nach oben rutscht. Da muss man ihn wieder einfangen. Aber es ist im Grunde genommen der gleiche Schlaganfall. Es ist kein ganz neuer Schlaganfall dann. Diese schweren Schlaganfälle, von denen Sie sprechen, also wo man das sozusagen rausziehen muss, wo man es nicht auflösen kann, gibt es dafür eine besondere Prädestination des Patienten, wo man sagen kann, du bist von vornherein für die Abteilung? Es sind ganz oft Patienten, die Blutgerinnsel aus dem Herzen haben. Die können relativ groß werden. Die dann ins Hirn wandern? Die dann vom Herzen aus ins Gehirn wandern, ganz genau. Oder aber es sind Blutgerinnsel, die an verkeikten Arterien sich bilden, die auch manchmal eine ganz beachtliche Größe erreichen können und die dann da oben stecken bleiben. Ich glaube, ein wichtiger Punkt, den man hier nochmal ergänzen muss, ist, Professor Eckert hat das dargestellt, das hörte sich alles so unkompliziert an. Aber es ist in der Tat so, dass diese Methode natürlich sehr komplex ist und dass die nur in den Händen von jemandem gut funktioniert, der auch die ausreichende Erfahrung hat. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das ist keine Therapie, die man an jedem Krankenhaus durchführen kann, sondern das ist eine Therapie, die in spezialisierten Abteilungen, wie jetzt der neuroradiologischen Abteilung, in Altena durchgeführt werden kann. Und da sind wir als Neurologen natürlich sehr froh, dass wir so hochkompetente Kooperationspartner dort haben. Das möchte ich gleich noch einfallen, weil wichtig ist natürlich nicht nur der Arzt, der das durchführt, also in dem Fall ich zum Beispiel, sondern auch der Kollege aus der Anästhesie, der schnell handeln muss und den Patienten schnell vorbereiten muss und vor allen Dingen auch die MTAs, die auch seit vielen Jahren in Altena in vielen Nächten viele Patienten schon behandelt haben. Also es ist ein ganzes Team, das da zusammenwirkt und alle diese Beteiligten im Team machen das seit vielen Jahren und haben ein großes Training erworben in der Zwischenzeit. Naja, so wie Sie das jetzt sagen, zeigt das ja auch, dass das ja wirklich ein schwerwiegender Eingriff ist und dass das eine schwerwiegende Erkrankung des Patienten ist. Und das im Grunde ja am besten vermeiden sollte überhaupt, so einen Schlaganfall zu erleiden oder Schlaganfall gefährdet zu sein. Viele Leute wissen es und halten sich trotzdem nicht daran, dennoch nochmal von Ihnen beiden. Was kann man tun, um so einen Schlaganfall zu vermeiden? Nun gut, Schlaganfallvermeidung fängt mit gesundem Leben an. Das heißt nicht rauchen, kein Übergewicht, ausreichende Bewegung, Sport, Blutdruck behandeln, blutverdünnende Medikamente nehmen, wenn die entsprechende zum Beispiel Herzrhythmusstörung vorliegt, also ein Vorhofflimmern. Das sind die allgemeinen Dinge, die man glaube ich immer beachten muss und mit denen man, wenn all diese Faktoren berücksichtigt werden, rein theoretisch bis zu 70 Prozent der Schlaganfälle verhindern könnte. Nur die Realität ist eben nicht so, dass jeder Mensch so Fürsorge trifft für seine eigene Gesundheit. Und deswegen werden wir auch weiterhin sehr viele Schlaganfälle haben. Ja, wie sieht es aus mit den Vorsorgeuntersuchungen? Da gibt es ja einige, die werden angeboten von den Krankenkassen, andere werden eher seltener angeboten. Man sagt ja auch immer, sag mir den Zustand einer Halsschlagader, dann wissen wir, wie ansonsten deine Gefäße aussehen und wie es mit einem Schlaganfall eines Tages aussehen kann. Wie oft muss man sowas untersuchen? Es gibt keine Studien, die belegen, dass wenn man das als eine Reihenuntersuchung durchführen würde, dass man damit das Schlaganfallrisiko senkt. Also eine routinemäßige Ultraschalluntersuchung ist nicht erforderlich, aber die Behandlung der Risikofaktoren, wie eben genannt, das ist das, was ganz im Zentrum steht. Und wenn man jetzt so eine Operation bei Ihnen beiden überstanden hat, wie lange brauche ich dann, um wieder auf den Beinen zu sein und einsatzfähig zu sein? Das hängt natürlich ganz davon ab, wie gut der Patient auf diese Therapie angesprochen hat. Es gibt Patienten, die zum Teil ja auch aus peripheren mit uns zusammenarbeitenden Kliniken für diesen Eingriff zu uns geschickt werden. Und immer dann, wenn es lange Zeit braucht, bis diese mechanische Thrombektomie, also die Entfernung des Gerinnsels durchgeführt werden kann, immer dann muss man damit rechnen, dass auch schon Hirngewebe kaputt gegangen ist. Und wie der Patient sich insgesamt erholt von diesem Eingriff und von dem Schlaganfall erholt, insbesondere hängt ganz davon ab, wie viel Hirngewebe ist kaputt gegangen. Und wir haben spektakuläre Fälle, die wirklich mit einer schweren, kompletten Halbseitenlähmung zu uns kommen und die am nächsten Tag schon auf der Schlaganfallstation dann mobilisiert werden können und herumlaufen. Und wir haben natürlich auch andere Fälle, wo diese Therapie zu spät kommt und wo sie nicht in optimaler Art und Weise wirkt. Aber auch wenn sie nicht ganz spektakulär wirkt, muss man Geduld haben und die Besserungstendenz bis zu drei Monaten ist erheblich. Also es wird alles noch sehr viel besser werden als nach dem ersten, zweiten, dritten Tag. Vielen Dank. Das war ein tröstliches und schönes Schlusswort. Vielen Dank für die Informationen und ich hoffe, auch Sie haben sich gut informiert gefühlt. Und wir sehen uns wieder auf www.aslepios.com-nachtvorlesungen oder auf YouTube. Bleiben Sie gesund! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.